Nummer 1 ... für diesen Fahrverreiber Eingruch zum Spiel, das vielleicht gesehen hat. Wotte liebt auch noch nicht. Aber wir haben noch einiges gesehen, dass das 10.5 in der ersten Runde nicht so glücklich ist. Das Fahrerfeld zieht hier auseinander, das schon mal die Kampagne auf die Bühne. Der Mann mit der Rücken Nr. 2, das war für die Martin, die dann die Ende der ersten Reihe ist. Also, das fällt, das zieht jetzt hier auseinander, noch mal das Gesamte, der Mann mit der Rücken Nr. 3, die Nr. 3, die Nr. 100 großartig ist Daniel S. Madlmann.